Jo, hallo Leute. So, das geht mir besser. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Druck im Bauch haben wir noch. Aber ansonsten, Wahnsinn, echt. Ich möchte mich wirklich von ganzem, ganzem Herzen für euch bedanken. Von euch, für euch, ja, mit diesen super lieben Genesungswünschen und macht mich echt ein bisschen stolz. Und treibt mir aber ein bisschen die Tränen in den Augen, weil ihr seid einfach die Besten. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen und ja, bleibt dabei. Ihr seid wirklich die Allergeilsten. Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich. Und das ist auch das, was mir den Antrieb gibt, weiterzumachen. Ja, ich danke euch wirklich. Ich bin hin und weg. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Leute. Vielen Dank. Und für euch auch nur das Beste. Und bleibt gesund. Bitte bleibt gesund.